ja hallo meine freunde ich bin es euer Firobo und wir spielen mal wieder Subnautica und es ist schon ein bisschen dabei, dass ich das jetzt gespielt habe und ich weiß gerade gar nicht so was es abgeht und ich weiß nicht warum es so anfängt zu ruckeln. Es gab übrigens wieder einen neuen Patch und ja aber ich hatte schon einiges wieder verändert, soweit ich weiß haben nämlich jetzt die Unterwasserbasen haben jetzt eine Lebensanzeige zusammen das heißt wenn die Hör und Druck gehen sie auch kaputt. Da ist mein Boot, das habe ich mich gerade besucht ich überlege gerade was machen wir mit dem Westen. Mal eben schauen, warte. Ok, das geht dann hier. Naja ok, man hat immer noch keine Rücksionseinstimmungen. Ich hab hier die ganze Zeit so mega ruckler. Das haben wir schon mit anderen Let's Plane aufgefallen, die sich auch inzwischen so mega ruckler haben. Hier haben wir dieses mega Ding. Ok, dieser Rikan. Hier haben wir Quarz. Ich weiß auch nicht, ob wir ein bisschen Quarz sammeln. Und Co. Das wollen wir mal tun hier. Hier haben wir noch diese schönen Pickel. Ich hoffe, dass wir was tolles da haben. Da ist noch mehr Quarz. Ja, ich weiß nicht mehr Quarz, das weiß ich nicht schon. Und wir haben fast kein Leben mehr. Das ist auch nicht so toll. Aber es fällt mir einfach durch die Erde. Das gefällt mir nur so. Wir müssen noch mal wieder nach oben. Der Mann Sauerstoff geht langsam an der Zneige. Aber ich muss mich erstmal wieder einleben, ey. Ja, ich hab jetzt die ganze Zeit Witcher und Dying Light und so weiter gemacht. Die übrigens kann man jetzt anschmeißen, die Pilze, soweit ich weiß. Äh, gehen wir mal mit den, denn der... Ja, pure Säure. Ja, kann man anschmeißen. Schade. Das schützt sich noch mal auf. Aber man kann noch leben, leider. Äh, wo ist denn mein... Ich weiß, das ist so weit weggeschlungen. Ich weiß nicht, das ist so weit weggeschlungen. Das ist so weit weggeschlungen. Ich wusste mich aber erst, dass ich gerade wieder am verdorsten bin. Und ich brauch unbedingt die blöden Luftsäcke. Da haben wir nur den. Was sind denn diese blöden Luftsäcke? Natürlich, da verdorste ich jetzt oder da. Videoaktivität... Okay, ich will hier nur noch den haben. Ich geh ja schon weg. Ach du Scheiße, wir haben noch... Scheiße! Fuck, wir sind tatsächlich gestorben und wir haben... ...einen Luftsack verloren. Oh, Scheiße. Gut, äh, wir sollten vielleicht mal wieder... Das ist natürlich die Künftepische, okay. Nämlich wollte ich mir eben noch meinen Timer anschalten für Musiker allein. Das vergesse ich ja jedes Mal, das ist ja schon irgendwann bekannt. Ja, der Vio, der ist dafür bekannt. Genauso für sich seine Gena. Und ja, ähm... Würdest du gerne einmal meine Arbitatsabrasis finden? Ist das ein neuer Fisch? Das ist doch ein neuer Fisch. Na geil. Sieht ja cool aus. So, äh... Übrigens, die Sache könntest du auch schon mal verderben, soweit ich weiß. Na, ich will mal eben hier rüber. Äh... Ich schratt hier noch mit. Hey! Ich würde gerne mir endlich diese radioaktiven Rüstungen mal bauen. Das war eigentlich mein eigentliches Ziel in dieser Folge. Wenn es klappen sollte, ich bin mir nicht sicher. Ja. Da brauchen wir ein ganz schönes Stück, oder? Das ist ein riesiges U-Waffe, oder? Aber cool. Auf jeden Fall brauchen wir noch diese Schusswaffe, die ich aber nicht herstellen kann, weil mir da immer die Blueprints fehlen. Ah ne, hier haben wir sie inzwischen. Die Startseekweifel. Oh, cool. So, cool. Was ist das denn hier? Aha. Ja, Werbung für YouTube, oder warte. Ha, interessant. Momentanalyse haben wir ja schon, aber auch schon alles. Ja, das hier wird ich auch geil gebaut. So, gut. Äh, wir gehen erstmal... erstmal open, und... 15.000 Schätze, das auch. Dann müssen wir aber okay. Dann haben wir das. Dann haben wir hier jede Menge Silber, umso mal. Wie im Gold. Und ich bin gerade gestorben. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir hier alles reinmachen. Dann müssen wir es natürlich wieder mit. So, hier haben wir noch Salz. Dann können wir jetzt mal Fische machen. Ja. Wie müssen wir eigentlich bis das mal auf Deutsch stellen? Weil inzwischen gibt es das nämlich ja auf Deutsch. So, guck. Und hier ist das gelbe, guck. Und dann ist das hier der Dienst, irgendwie. Äh, warte mal. Warte, kann man leider eins machen. Hm. 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 Äh, Kochkappe, glaub ich mal. Äh. Wasser, aber jede ganze Menge. Hahaha. Und, äh, brauchen wir auch kein Salz mehr für. Das ist ja cool. Wie viel Salz? Fangen wir das nochmal? Äh, und gehen dann hierhin. Und haben wir hier. Wie sieht's? Sondern, aber unser Wasser geht halt runter. Dadurch ist halt, das Wasser wird halt, äh. Wasser geht halt runter. Und, dafür, können wir aber mehr essen. Oh, ich will hier wieder hinzugehen. So, wir haben hier noch einen Scrap-Matte. Jetzt können wir uns da verballern. Äh, Scrap-Matte für Titanium bitte. Zack. Dankeschön. Und, äh, ich würde gerne mal gucken. So, ich wollte mir dieses radioaktive Ding bauen. Equipment. Da... Ra... Finns. Oh, cool. Zweimal Silikon. Äh, ups. Silikon mach ich doch aus Quarz, oder nicht? Mach mein Quarz wieder hier mit. So, Materials. Äh, Silikon. Mach mal. Braucht ich jetzt einen oder zwei Silikon? Ich weiß grad nicht. Äh, schau mal eben. Zweimal Silikon. Alles klar. Äh, Silikon bitte. Danke. So, dann haben wir schon mal... Yeah, dann Flossen. Die Gänse mal angucken. Können sie agruieren. Äh, und... Ah, die werden direkt automatisch ausgesucht. Das ist wunderbar. Wunderbar. So, dann gehen wir nochmal auf Equipment. Was haben wir hier? Ja. Piper. Oh, okay. Gut. Der Kompass. Cool. Wir können Kompass bauen. Einen Thermometer. Okay. Dann bauen wir das vielleicht alles noch später. Äh, für Skid. So, und sonst. Was denn? Hier, der... Wir brauchen zweimal Silikon. Das ist alles. Zweimal Silikon, zwei LEDs. Letz. Was war nochmal? Letz. Äh... Was ist hier irgendwo? Da... Copper. Ich hab auch noch Kupfer und Silber. Letz brauchen wir jetzt zweimal? Oder wie viel brauchen wir jetzt mal? Ja, zweimal heißt, wir bräuchten... Letz, äh... Letz, letz, letz. Aber schnell sind es kaum sechsmal. Kupfer. Und Silikon kann ich nicht mehr herstellen. Es braucht überhaupt zweimal, ne? Äh... So. 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 Jetzt mal hier alles reinschmeißen. Dann den brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das kann alles da rein. Jutz. Wir brauchen auf jeden Fall... Wir brauchen Kopfer. Jede Menge Kopfer. Und... Quarz. Und Quarz. Ja. Ja, wir brauchen Kopfer. Ganz hier Kopfer. Ich komm hier irgendwie immer in diese Höhle, ne? Ich hab das mal aufgefallen. Immer in diese Höhle komm ich. Aber hier sind irgendwie keine Pickelchen mehr. Das ist doof. Das sind aber Pickelchen. Ja. Jetzt gehöre mit Titanium ein. Das macht wahrscheinlich mir jede Menge Schaden. Hatten wir sogar in einer Folge hatten wir sogar Schaden bekommen gehabt. Na. Jetzt mal. Titanium. Oh. Hier ist ja richtig viel. Ja. Aber hier gibt's nur noch Titanium. Die wird's gerade mega dunkel. Das wäre schön. Titanium. Hier geht's aber raus. Juno Pickel. Und Titanium. Das müssen wir jetzt trotzdem noch fehlen. Wenn das ist. Kappa Ohr. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Das ist heute Abend. Da haben wir schon ein bisschen Salz liegen. Ja. Das ist jetzt nicht ohne mit. Und zum Schluss geschlaft haben. So. Bei Nachts ist es echt hier schwierig. Irgendwas zu sehen. Wirklich. Hier haben wir was. Hier haben wir Titanium. Wunderbar. 30 Sekunden Oxygen remaining. Ich muss ja kommen hier hoch. So. Es sieht aber richtig geil aus. Soll man sagen. Das Spiel sieht super aus. Und vor allem. Ich hab jetzt auch schon bei anderen Zwergen gesehen. Da sind neue Fischer dazu gekommen. Also neue Lebenswesen. Wir haben ja schon einen gefunden. Da hinten sind ein Fisch hier. Und es sieht einfach wunderschön aus. Die Atmosphäre hier ist wunderbar. Und ich werde auch bald mal diesen Terraformer bauen. Mit dem kann ich mir hier entweder Berge bauen oder Wetter. Das heißt wir können es auch in der Landbasis bauen. Sozusagen. Äh. Zwiebelchen. Ups. Zwiebeln wir hier rein. So. Dann muss es nur so. Dass die Stiften getroffen werden vielleicht. Wäre ganz gut würde ich sagen. So. Kommt schon. Wir haben. Titanium. 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 Ich brauch kein Titanium. Ich brauch Kupfer. Jawoll. Wir haben ihn jetzt schon. Wir haben. Eins. Zwei. Vier Stück. Kommt schon. Cool. Oh das sieht doch hier cool aus. Geil. 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 Dinger sind eindeutig. Giftig. Und machen uns jede Menge Schaden. Krass. Die haben da hier wie 90% Schaden gegeben. Das ist sehr heftig. In der서ffahrt wird nur Titanium. Warrning 30 second of oxygen remaining. Okay. Schummebar schnell in mein Boot. So. So. Proofem. Ich gebe raisend First, Schnell, schnell, schnell! Ja, wir haben es geschafft. So, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Materials, ein bisschen Met. Achso, da brauchen wir noch Silber für. Ne, so, eins, zwei. Ne, ich brauchte drei Kupfer dafür. Salz droppen, Titanium droppen, dropp, dropp, dropp. Okay, kann man nicht mehr droppen. Ein Silber mit, dann können wir noch Titanium droppen. So, Materials, und wir machen Sandals. Na, jetzt tun wir schon mal einen Led. Da fehlt uns noch ein zweiter, und den können wir da nicht hier rein tun, weil ich ja voll bin. Wir können jetzt aber hier mal die Fische wieder rausnehmen, würde ich sagen. Ja, tun wir das, so. Wo war jetzt der Led? Das war der Led. Dann tun wir das Titanium da rein, so. Und dann, wenn wir nämlich die Fische, kann ich auch mal zeigen, wenn wir die Fische mich jetzt so futtern würden, kriegen nur fünf, äh, fünf, äh, zwölf Prozent Futter, und, äh, kriegen richtig schön viel, äh, abgezogen. Dann sehen wir schon mal, guck. So. Guck, 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 guck da. 21, also statt 31 nur 21, aber macht noch ein bisschen Wasser dabei. So, dann gehen wir eben noch, gucken noch den, gucken den anderen noch, also gucken den anderen noch. Mal schauen, was dabei rauskommt, so. Hm, zack. Dann haben wir noch kaputt. Sollte ich sagen, geh ich wiederhol's hier, und so für meinen Hülle. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht gerade. Ich schau die ganze Zeit so, die Fiene, das ist einfach nicht weiter. Das ist gerade auch schon da. Ist neu. Jetzt kommt irgendwie so neu vielleicht, das Gefühl. Luftzack, Luftzack, ja komm her, komm her, komm her, komm her, nice. Ich bin fällt auch auf, ich muss auch wieder mal arbeiten mit dem Batterieboden bauen und das Bruch habe ich auch gekauft, oder? Ich weiß es nicht genau mehr, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, muss ich jetzt die Höhe dafür nehmen. Wo war der Höhleeingang? Sehr super, da in Höhe wollen wir die ganze Zeit verkaufen. Ich merke gerade, ich schwimme im Kreis. So, hier haben wir uns jetzt mal ab hier. Oh, das ruckelt mir nicht leicht. Kommt mich vor, und? Hallo, Kollege. Hat er wieder diese Spuren verletzt, krass. Was bist du denn für einer hier? Tollekoppen, Salz. Salz, 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 du, du mit. So, das ist wirklich diese verkackte Höhe. Kann doch nicht wahr sein, was ist diese Höhe? Oh, da war ein Bösen. So, da war ein Video. Hallo. Hier sind hier vielleicht ein paar Steinpickel, die ich zerschlagen konnte. Um ein bisschen Kopfball zu bekommen. Was ist da? Also, ein Facken jetzt. Das werden wir natürlich analysieren. So, da war ein Hauptteil. Wollen wir mit holen? Erstmal. Ich habe jetzt an der Kampus der Farbe. Ich finde jetzt diese scheiß Höhle nicht mehr. Das gibt es doch nicht. Was ist diese verkackte Höhle? Was ist diese verkackte Höhle? Kann doch nicht wahr sein. Was ist diese Höhle? Oder was? Schauen wir mal. Wurz, äh, ich will schon, ich will schon mal nicht reinziehen. Äh, da kommt was. Ja, machen wir uns erstmal, obwohl wir in den ersten Wochen erstmal nicht. Äh, was könnten wir machen? Wurz, 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 hier. Er ist jetzt. So, dann schau ich gleich gleich in der Mazon, okay. Okay, wir können hier, was, wir könnten hier noch eben kochen. Oder halt, uns mit Salz anmachen. Wir gucken uns mal mit Salz an. So, äh, hier könnten wir uns hinsetzen. Wenn wir uns setzen könnten. So, äh, equipment compass. Was, computership brauchen wir dafür, wats? Computership, da. Ja, das sind die Dinger, Silberhautz und Quarz. Äh, Quarz, 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 Quarz. Warte, komm mal hier. Quarz habe ich. Dann brauchen wir Silber, ne? Dann Silber. Ne, und, äh, wir brauchen noch dieses... ...computership, da brauchen wir noch zwei Fenzen, komm ich schon hin. Warum die Silinder, also. Äh, brauch ich mehr Messer, da hab ich mehr Messer. Zack. Warte, 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 warte. Dann brauch ich nicht, reicht so. Dann können wir schwimmen. So, wir sind noch so. Zack. Äh, nee. Zack, computership, da. Machen, danke. So, was brauch ich eigentlich für eine Batterie nochmal? Batterie, Batterie. Äh, Mushrooms und Copper. Okay, wo wir auch. So, erstmal machen wir uns hier jetzt hier einen Kompass. Der scheint mir sehr wichtig zu sein. Hier bin ich auch kein Energie, hat nur 69% an unserer... Ah, nein. Ah, hier haben wir den Kompass, dann ist hier wahrscheinlich die Thermometer. Alles klar. So, da haben wir, äh, da haben wir doch mal eine Verschwendung und wir können noch ein bisschen was trinken. Zack. Was haben wir hier für in dem Fall? Ach, der ist wahrscheinlich für die Waffen vielleicht. Ich weiß nicht. Äh, was wollte ich jetzt noch? Ich wollte, genau, ich wollte Kupfer mal wegen, äh, Energiezellen. Ich will schon wieder mal Schwungs. Jetzt haben wir hier oben, wie ihr seht, für unsere Kompass. Ist doch cool. So, also von unserem Boot aus. Was ist es heute da? Richtung Norden. Das ist da die Höhle. Hier, ja, das ist die Höhle. Ja, ich bin so stolz, auf mich, dass ich hier jetzt gefunden habe. Nicht was. Uh, kann es uns das alles schaden macht hier? Ich hoffe doch mal nicht. Obwohl, so wichtig ist es, glaube ich, ist es auch nicht dabei. Aber hier haben wir noch ein paar Pickel. Die muss ich erst gucken. Ne, Spaß. Äh, kann ich natürlich ein bisschen hier abbauen. Die haben wieder die böse Zeitgeber, wenn ich einmal nur da ankomme, bin ich tot. Und hier finden wir nur Titanium. Und jetzt sind wir jetzt wieder... Oh, ist irgendwo ein böser Fisch? Oh, 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 oh. Lass mich bloß in Ruhe. Hey, komm hier. Hat die jetzt reingespawnt? Ne, leider nicht geschäumt. Machen wir noch was? Copper, 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 komm her. Was ist denn da böse Fisch? Ich sehe ihn nicht. Ob ich aber so viele schöne Dinger nicht abbauen will. Das ist ja nicht drin gewesen. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ach ja, scheiße. Da komm ich hier raus. Da komm ich raus. Schnell mal raus. Ja, 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 ja. Schnell, schnell. Ach, ich habe noch 5% genug weiter. Emergency, 10 seconds of oxygen remaining. Ja, 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 ich habe das schon geschafft. Ich habe schon wieder. Siehst du? Habe ich geschafft. So, äh... Ne, für die Zelle brauchte ich hier noch Pilze. Äh, gib mir mal bitte gleich Pilze schnell. Ne, Pilze, Pilze, Pilze. Da sind ja keine Pilze, Mensch. Ah, und da haben wir es, die Batteries. Ja, 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 die Lame Pilze. Das werde ich vielleicht direkt zwei Stücke machen. Hoffentlich klappt das auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, brauche ich nicht. Mach ich mir nämlich zwei Batterien, wo gut ist. Oh, meine Fuß ist die ganze Zeit. Und ich habe schon wieder so eine mega lange Folge. Aber muss ich die Folge eigentlich heute schon hochladen? Und, äh, ich habe ja nicht mal, ich bin ja gerade am aufnehmen. Aber die wird wieder so ewig nommig, scheinlich. Äh, so. Schnelle, schnelle, Ectronix. Batterie, können wir machen. Cool. Ach, guck mal, die ist doch winzig geworden. Cool. Äh, so, Ectronix. Da fängt jetzt wieder an Kupfer. Äh, das hänge ich hier wieder. Cool. Ach, ich lasse mich jetzt hier rumlegen. So, ich brauche Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und dann... Äh, hätte ich gerade noch mehr Kupfer gehabt. Ich hätte doch gerade vier Stück oder nicht gehabt. Gold, gold, gold. Äh, Simo-Umfang, jetzt kann ich auch noch hier ran. Schmeißen, oder auch nicht, weil unser... Äh, ne, da ist er nicht mal hier ist. Okay, dann habe ich ja schon Ruhe erwacht. Cool. Ähm, ja, toll. Ich dann, ich dann, ich dann. Da ist jetzt der Fall. So, und dann geht's ja mal. Ich kann die Batterie machen, danke. So. Dann haben wir nach und haben wieder 100% Akku. Jawohl. Was habe ich denn jetzt hier? Irgendwann ist ein gekochten Fisch. Äh, das Fragmenten, Bilder, die Batterie, nein. Und jede Menge Titanium. Und hier habe ich Gold und Silikon. Und nochmal so ein Ding, was ich irgendwie für Kindschaftsverschiebung kaputt machen muss. So, das hier. Also das ist auch nicht ein Spruch eigentlich. Jetzt ist mal eine Frage. Ja, wo ist... Wo ist meine verdammte Basis? Jetzt könntest du mir das aber wenigstens merken. Ops, so. Ich werde mal behaupten. Und fahre einfach mal nach Westen. Und suche mal eine Basis. Da ist direkt schon so ein Vieh. Aber egal. Ich bin hier in meinem Gleiter. Der kann mir nix. Das sind das hier komische Fliegeldinger da. Und das ruckert schon wieder. Und da fallen die Felsen von mir. Oje, die stehen bald mussten wir auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Ich hoffe, wenn da jetzt kommt nix, was uns killt oder so. Denn hier gibt es ja noch so ein gewisses riesiges Wesen. Das werden wir aber erst einmal mit die radioaktive Zone betreten. Soviel kann ich dir mal verraten. So, hier kommt das. Okay. Die Steuerfüße im Gleiter ist so beschissen. Und die FPS-Zahn droppen mir gerade richtig krass hin und her. Was ist das Schlimm ist das? So, ja, jolt. Interessant. So, das ist ziemlich schnell, Kollege. Was immer dafür geräuscht ist. So, wir müssen aber irgendwo muss das hier sein. Das muss da hier sein, Mensch. Ich weiß auf jeden Fall, das war relativ hoch. Aber hier sieht ja wie nix nach hochgelegen aus. Ne, das ist ja wirklich. Oh Mann, oh Mann. So. Wo habe ich meine verkackte Basis aufgebaut? Das ist jetzt die Frage. Einfach da durch. Blub. Mensch, Mensch, Mensch. Ich muss unbedingt mal so ein Transmitter-Ding da bauen. So ein Orientierungs-Ding. Oh, wir haben ja jetzt einen Kompass. Das muss eigentlich auch damit gehen. Oh, schnell nach oben. Ziehen. So, was ist eigentlich hier irgendwo? Warte, ne, war es sogar hier? Könnte sein. Das ist hier, wa? Hops. Ja, da ist sie. Juhu. Da hinten von meiner Basis aus Richtung Norden. Alles klar. Hier haben sie, meine Basis. Juhu. Ich werde... Oh, wir haben auch noch hier... Nur noch... ...zum. Zum. Ich habe hier auch eine Power-Zell für. Ach, du Scheiße. So, jetzt mal hier ran. Hier haben wir unser... ...ding, den ich auch nicht mitnehme. Jo. Natürlich nicht mitnehme. So. Hier haben wir noch Essen drin. Und das ist, äh... Misek. Rotting. Aha, cool. Das ist also... Ja. Mitnehmen, mitnehmen ist alles scheiße. Ist ja der 6 noch gut. Hier haben wir noch ein bisschen Silber, ein bisschen Silikon drin. Oh, den PPBs. Ja, das ist die Methode sozusagen. Geil. Äh, jetzt was haben wir hier drin. Quarz. Ja, okay. Eine Batterie noch. Das ist ein, 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 zu. Da haben wir noch Squared Metal. Die können das auch noch reinschmeißen. Und das Titanium. Eine Batterie baltisch. So. Was sind denn das für Spiegelung? Frage ich mich. Und hier können wir wieder raus. Okay. 90%. Was brauche ich denn, um das hinterher zu stellen? Mensch, das Ding ja nervt. Der tierisch. Was liegt es hier im Weg rum? Ich will einfach nur hier vorbei. So, so. Okay. Das ist ein Zeugküch mal raus schmeißen. Äh, was macht es denn mit uns schon mal um, um, äh, um diesen Ding zu boxen? So, Titanium und Copper Ohr. Warum auch nicht so viel Copper Ohr? Das ist nervig. So, auf jeden Fall jetzt erst mal hier. Zack, zack. Ist schön auch, wie das so zum, äh, schwimmt und, äh, wir können damit spielen. Ich bin ein Delphin. Hui. Hui, auf jeden Fall gut. Okay, was war das? Wird auf jeden Fall, ja, wir haben das gefunden. Leider haben wir nicht jetzt genug, äh, Kupfer gefunden. Beziehungsweise haben wir jetzt gar keinen Kupfer mehr, weil ich Betriebe machen musste. Äh, um halt unsere, äh, Stimmt, ich dachte, ich hatte doch genug Kupfer. Ich habe ja ein Lad schon gemacht. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht genug Kupfer gefunden, um unser Anzug machen zu können, leider. Aber das kommt in der nächsten Folge dann. Ich weiß jetzt, was ich brauche. Heute, äh, ich hoffe, wir werden das Kupfer finden. Also, meine Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hotterein. Ciao.